Liebe Kinder, am Anfang hat der liebe Gott die ganze Welt erschaffen. Die Erde, die Sonne, den Mond, die Sterne, die Engel, die Menschen, die Tiere und die Pflanzen. Alles, was wir sehen und wahrnehmen können, hat er gemacht. Und den lieben Gott, hat den auch jemand gemacht? Nein, der liebe Gott existiert seit Ewigkeit. Er ist schon immer im Himmel gewesen. Das ist für uns Menschen schwer vorstellbar. Vielleicht fragt ihr euch, was hat der liebe Gott denn im Himmel gemacht, bevor er die Welt und alles erschaffen hat? War ihm denn da nicht langweilig? Oh nein, ganz im Gegenteil. Der liebe Gott hat nämlich ein ganz großes Geheimnis. Er ist nicht nur Gott, sondern er ist ein Gott in drei Personen. Wir sagen ja immer, Gott ist dreifaltig. Oder wir sprechen von der heiligsten Dreifaltigkeit, nämlich dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das klingt zuerst mal komisch. Wie soll man denn das verstehen? Ein Gott in drei Personen. Wie soll denn das gehen? Vater, Sohn und Heiliger Geist und trotzdem sind die drei nur ein Gott? Das ist eben das Geheimnis des lieben Gottes. Sicher fragt ihr euch jetzt, woher wir denn dieses Geheimnis kennen, wenn es doch ein Geheimnis ist und dann auch noch ein Geheimnis vom lieben Gott? Das ist ganz leicht zu beantworten. Als der Heiland vor 2000 Jahren in Bethlehem als Kind zur Welt gekommen ist, um die Menschen von der Erbsünde zu erlösen, hat er 30 Jahre beim heiligen Josef und bei der Gottesmutter gelebt. Dann ist er drei Jahre durch das heilige Land gezogen und hat öffentlich gepredigt und seine Apostel belehrt. Und da in dieser Zeit hat er den Menschen auch das große Geheimnis von der heiligsten Dreifaltigkeit verkündet. Wir kennen also das große Geheimnis des lieben Gottes von seinem eigenen Sohn Jesus Christus selbst. Jetzt können wir uns aber fragen, warum nennen wir die Dreifaltigkeit ein Geheimnis, wenn Jesus allen dieses Geheimnis gesagt hat? Dann ist es doch kein Geheimnis mehr, wenn es alle kennen. Oh doch, wir wissen vom Heiland zwar, dass der liebe Gott dreifaltig ist, dass es den Vater im Himmel gibt, den Sohn Jesus der Mensch geworden ist und für uns am Kreuz gestorben ist und dass es den Heiligen Geist gibt, der an Pfingsten auf die Welt herabgekommen ist. Das wissen wir jetzt. Aber es bleibt ein Geheimnis für uns, wie diese drei zusammen ein Gott sind. Das war jetzt schwierig. Aber passt auf, ich werde euch das Geheimnis ein bisschen erklären können. Wenn man etwas Schwieriges versucht zu erklären, nimmt man sich am besten etwas zu Hilfe, was leicht zu verstehen ist und Ähnlichkeit hat mit dem Schwierigen. Schaut her, das ist ein Kleeblatt. Es ist ein Kleeblatt, aber es hat drei Blättchen. Hätte es nur zwei Blättchen, dann wäre es kein richtiges Kleeblatt. Hätte es vier Blättchen, dann würden wir von einem Glücks-Kleeblatt sprechen, weil es sie nur sehr selten gibt. Ein normales Kleeblatt hat aber drei Blättchen und ist doch ein Kleeblatt. Etwas besser ist der Vergleich mit einem Dreieck. Hier seht ihr ein Dreieck. Es hat drei Ecken, aber es ist nur ein Dreieck. Niemand würde sagen, dass das drei Dreiecke sind. Wenn man eine Ecke wegnimmt, dann ist es kein Dreieck mehr. So ist der liebe Gott ein Gott, aber besteht aus drei Personen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und noch ein Beispiel. Wir nehmen drei Kerzen. Wenn ich diese drei Kerzen anzünde und oben eng zusammenhalte, dann habe ich zwar drei Kerzen, aber nur eine Flamme. Die drei Kerzen bilden gemeinsam eine Flamme. Man kann die drei Flammen der ursprünglichen drei Kerzen nicht mehr voneinander unterscheiden, weil sie zu einer Flamme zusammengewachsen sind. Wie ich eben schon gesagt habe, sind das alles nur Vergleiche. Aber sie helfen uns doch ein bisschen das Geheimnis vom lieben Gott zu verstehen. Fassen wir zusammen. Wir haben einen Gott, der in drei Personen existiert. Diesen Gott in drei Personen gibt es schon seit Ewigkeit. Und da es drei Personen sind, war Gott Vater auch nicht allein. Und es war ihm nicht langweilig in der Zeit, bevor er die Welt geschaffen hat. Im Gegenteil. Die drei göttlichen Personen lieben sich so sehr und freuen sich so, dass sie beieinander sein dürfen, dass sie beschlossen haben, die Welt und die Menschen zu erschaffen, damit die Menschen, damit wir auch an dieser Liebe und Freude teilnehmen dürfen. Das tun ja jetzt schon die Heiligen im Himmel. Sie sind beim lieben Gott, beten ihn an, danken ihm und freuen sich mit ihm. Wir Menschen auf Erden müssen uns aber zuerst den Himmel verdienen. Sicher kennt ihr alle die beiden kürzesten Gebete, in denen wir die heiligste Dreifaltigkeit verehren. Das erste ist das Kreuzzeichen, denn wir beten ja im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und das zweite Gebet zur Ehre der Allerheiligsten Dreifaltigkeit ist das Ehre sei dem Vater. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Im nächsten Video erzähle ich euch die Geschichte von einer heiligen Märtyrerin, die sogar gestorben ist, weil man von ihr verlangt hat, sie soll nicht einen Gott in drei Personen, sondern sie soll drei Götter, sie soll mehrere Götter anbeten, wie das die Heiden tun.